Du hast so eine kleine Schlaufe mit einem Ringfang beim Ohr, die hat sich runterbewegt, aber ich kann das Ohr da nicht auftun. Kann ich beim Flug was tun? Ne, ich hab den Schrauben jetzt hier nicht mehr. Dein Gerät ist explodiert. Ist das gut? Ich weiß nicht, auf dem Display stand 3, dann hab ich den Pfeil nach unten und dann... Bumm. Ähm. Ja gut. Aber jetzt hab ich dunkles Pulver, also scheinbar... Sollte das wissen, scheinbar gut, okay. Oh, kann ich das zu Kaffee machen? Dann tu mal was mit deinem dunklen Pulver. Weil ich glaube, ich kann gerade nichts mehr machen. Es ist höchstens noch was bei diesen Uhrzeigern wieder, da ist noch ein ganzes... In dem ein Feld kommen die ganze Zeit Schlüssel oder Sachen raus und aus dem anderen ist noch gar nichts. Warte, ich hab Kaffee gemacht. Okay. Kaffee. Kaffee. Kaffee, oh. Fleisch fehlt, ach. Was? Jetzt fehlt das Fleisch. Okay, hast du jetzt Blut mit dem Kaffee gemacht? Ne, ich hab Kaffee... Ich hab Kaffee mit dunklem Pulver gemacht, das aus dem verbrannten Gerät entstanden ist. Spannend. Aber ich hab jetzt Zuruf auf den Computer, wo vier Pfeiltasten sind, also so nach oben, links, rechts und so. Knopf nach unten drücken, wenn die Person in der Vergangenheit die Zahnräder in den Geheimfächern gefunden hat. Welche geheimen Fächer? Vielleicht bei den Blaupausen, vielleicht sind die, die eingezeichnet sind, da wo die Geheimfächer sind. Da steht nämlich auch Geheimfach. Aha. Das eine sieht aus wie so ein Ofen, mit unten sind die Zahnräder, sind drei Zahnräder, in der Mitte ist so, was sieht aus wie eine Mikrowelle und ganz oben ist so ein schmaler Strich. So sieht das aus. Hast du schon, Gerät? Bitte. Das ist nicht verständlich. Okay, ich sag dir nochmal, alles, was ich sehen kann und womit ich interagieren kann, ist die Box. Und die Box hat ein paar kleine Fächer, die aber alle mit diesem Fleisch, Blut, Knochen, Ding zu tun haben. Ich habe keinen Ofen. Der Ofen war im Raum, ich kann den Ofen von hier aus ansehen, wie er mit dem Feuer blau leuchtet, aber mehr kann ich nicht. Ich meine, ich sehe bei der anderen Blaupause, sehe ich das Ohr eingezeichnet und eine Flasche eingezeichnet. Ja genau, das ist das Fleisch, Blut und Knochen in der Kiste. Okay, weil eins von diesen Zahnrädern soll scheinbar oberhalb vom Ohr sein. Also. Okay, warte dann. Oh, ich habe ein Zahnrad. Wie? Cool. Ich habe ein Geheimfach gefunden über dem Ohr. Yay. Ich habe, ich habe, ich habe im Rand der Kiste einfach mal hochgezogen. Okay. Oh, warte, ich glaube, ich sehe es. Oh, okay. Und eins müsste mir noch fehlen. Ich habe es, ich habe es gecheckt. Eins fehlt noch. Wo ist das letzte? Okay, das müsste dann auf der Seite sein, wo die drei Zahnräder sind. Ja, ich habe es. Ich habe sie alle, ich habe sie alle. Warum sage ich eigentlich? Weil sie eigentlich, sie sind eingezeichnet, deswegen habe ich sie. Okay, da kann ich den Fall nach unten drücken, weil du hast die Geheimfiche gefunden. Yay. Und jetzt muss ich es drehen, oder einfach? Oh Gott, was ist das? Oh, es bewegt sich. Jetzt kommt die Puppe, die Puppe ist runtergekommen. Hast du irgendwo wieder so drei Zahlenstrahl Dinger? Nö, die wären am Ofen gewesen bei mir vorher. Okay, warum habe ich die? Ich ziehe gerade, ich ziehe gerade das Ohr rauf. Warte, ich habe jetzt irgendwas gemacht. Oh, jetzt habe ich, was das Zahlenstrahl ähnlich aussieht. Oh, okay. Ich habe nämlich drei davon. Aha, sind sie bei dir schon eingezeichnet, weil ich habe so Knöpfe zum Verschieben. Ja, genau. Das erste ist eh ganz gleich am Anfang, du brauchst nichts machen. Dann das zweite ist beim vierten und das letzte auch beim vierten. Und vorher steht die Zahl 30. Nö, das hat nichts gemacht bei mir. Bei mir sind nämlich die Zahlensträhle nach unten. Bei mir auch. Ach so. Ja, bei mir auch. Okay, dann umgekehrt. Also dann macht das erste ganz nach unten und die anderen beiden das zweite. Von oben gesehen. Ah ja, jetzt. Jetzt habe ich so eine Pfeil-Reihenfolge bekommen. Kannst du mir die ansagen? Mhm. Pfeil nach rechts. Pfeil nach links. Pfeil nach links. Pfeil nach oben. Pfeil nach rechts. Pfeil nach unten. Yeah. Pfeil nach links. Ich habe erstens wieder so eine Code. Oh, okay. Keine Zahlensträlen mehr? Okay, Code. Oh, das ist der Schmetterling jetzt auf dem Code drauf? Ich glaube, der Schmetterling ist ja, dass er hilft manchmal, wenn ich das brauche oder so? ich kann mir sagen hey du dummkopf da musst du das nächste sind erfolgt bei mir sind dass die ratten die ratten sind meinen ok y3 x12 ja es bewegt sich was oh mein gott was ist das das sieht ein aus wie so eine karte zum labyrinth oder so ja ich glaube nicht du musst mich eventuell durch das labyrinth führen ich bin aber es hat keinen ein oder ausgang es hat nur drei zahlen ich sehe die zahl drei weil ich habe zahl 1 2 und 3 ok dann zu 3 ich weiß so nicht wo ich starte aber ich bin die drei du bist die drei ich bewege die drei du bewegst die drei wohin bewegst du die drei mit dem pfeil tasten also oben unten rechts links ich kann die wuchstaben nicht bewegen kann ich ich schätze mal du musst mir sagen wo ich mit drei hin soll und wir wissen nicht wo die trinken vielleicht zu den anderen vielleicht zu 2 und 1 dass wir die aufsammeln müssen also du bewegst jetzt 3 und sonst sagen wir einfach mal den weg zur 2 oder zu 1 an von der 3 ist ok du musst mal runter bis du anstehst nee das geht nicht also ja ja ich kann nur bis zur dritten spalte flogen ich starte nämlich oben links ganz um links ach so stand links ich dachte okay dann darfst du nicht da wo die drei ist mir dann dann los mich zu drei ok dann gehe wieder ganz drauf dann gehst du nach rechts einfällt dann müsstest du ihr anstehen dann gehst du eins runter und drei nach rechts dann müsstest du wieder anstehen dann gehst du rauf dann wieder nach rechts bist du anstehst dann runter bist du anstehst du darfst mir das nicht so sagen mit bis du anstehst weil ich resette dann wieder zum anfang jetzt wieder von ganz vorne und wenn du drei rauf gehst also auf dem dritten ding davon ist die 3 also wenn du zwei rauf gehst schießt du eins vor der 3 also drei rauf damit du auf der 3 bist ok ok jetzt haben wir das erste schon geschafft weil ich habe nämlich drei so rechtecker und das erste leuchtet jetzt grün also das ist toll und wenn es zwei noch ist so mitten auf der 1 das ist viel leichter als das rätsel letztes mal wo ich dir den weg ansagen musste ja stimmt bei mir ist jetzt so ein quadrat erschienen und von oben kam auf so eine schnur ein ding und ich sehe einen tisch und einen sessel und was aussieht wie im bad ich kann kann ich nichts tun jetzt hat mir die ratte den weg gezeigt bei mir ist jetzt nämlich ein riesiges ohr von der decke gekommen ich kann schubladen öffnen holala ein messer das ist da oder ein skalpel besser gesagt und kann ich vielleicht was abschneiden ja ja ich habe eine eklige warze vom ohr geschnitten in das ding und sagen ja die neue ok code wir haben den code schritt 1 3 3 3 2 z 1 y bewegt sich ok davon endlich mit in der following order ok 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 schritt 2 1 y 3 x 2 z ist dann welche form hat das fleisch bei dir welche form ja es sind und drei ein dreieck ein rechteck oder normal okay dann war jetzt kobe und hh heiß oder kalt normal einfach kalt okay und es sieht ja jetzt sieht es richtig ekelhaft das ok 2 z 1 3 y denkt sich deine katze du verscheuert sie wenn du das er hat mich gerade mega gut angeguckt hast du haare pickel oder glatt haare habe ich dachte du hast eine warze abgeschnitten ja aber das wurde es zu sondern was aus wie ein bakterium mit so kleinen hirchen ok ok okay also dann hot acid hot water hot water das bakterium hat einen mund bekommen lecker okay 1 y 2 3 z ok ok im eis im augusten august gesagt yes ok es ist wackelpudding ok das ist ein wackelpudding der sich bewegt er ist er ist gerade weggeschwommen weg gewabbelt wie warum muss ich das sehen hast du mein kopf nee ich folge jetzt gerade dem wackelpudding ach so ich glaube ich muss den einsorgen ja dass du wieder die wand hoch und an der decke entlang über mir nein danke für das schöne glitzige geräusche was freue ich mich das bekommt jetzt ein upgrade ok so er hat sich schon alles wäre wackelpudding wenn er sich bewegt gleich jetzt bekommt er fleisch logischerweise jetzt ist es kein skelett mehr ok neue uhrzeit ok dann kann ich mir auch was anziehen wie er aussieht also weiß ist auf 12 der rot ist auf 10 und schwarz auf 7 momentan riesige gelze oder mosquito oder whatever das ist oder bis zum schmetterling bekommst du dein fleisch bitte auch ich muss ihn andrücken das ist ein fleisch bekommen sie das hätte sich einfach so leidung angezogen ja voll locker bei seinen beinen der riesige schmetterling hat meine ratte getötet das ist auch hier hin aber das ist wohl der schmetterling hat meine ratte getötet und in der ratte steckt ist einfach schlüssel drin das ist auch hier okay ich kann jetzt das blut absaugen wenn sie dass ich habe ja das ist ja das ist der name von unserem bett oder es ist ein hebel oder jedes mal den hebel was ist ein bestes ich habe ja eine anzeige mit symbolen und eine bombe und das mit glühbirne und ja das habe ich auch gerade geöffnet ich habe das gerade und eingefallen sind aber jetzt gibt es langsam auf rot okay das will ich nicht ich habe die den knopf zu bald aktiviert okay muss ich mit hier symbol ansagen und zu mir symbol ansagen ich kann nichts mit dem symbol machen oder kann ich das machen ja ich kann damit was machen wenn es eingeschalten ist es ist vielleicht müssen wir schnell sein ja genau wenn es eingeschalten ist kann ich auch so auch was machen okay das heißt aber hier bei mir ich habe hier was ich sagte was ich habe ich habe ein vogel und schmetterling totenkopf mit hörnern drauf einen langen mann ich weiß nicht dass das ist ja aus wegen gebäude ein auge ein herz und sieht aus wie ein baum oder so und vermutlich so schriftzeichen ja genau genau weil wenn ich es einschaltet und zeigt mir ein schriftzeichen an dass ich dir sagen kann und ich selber kann auch eben das ankreuzen das heißt ich sag dir was du an machen muss und du sagst mir was ich eingeben muss